Silo 17 Zwei Windungen der Treppe flogen vorbei. Jimmy spürte den Luftzug an seinem Hals. Sein Magen hob sich. Er erhaschte den Blick auf ein Gesicht, das sich ihm erschrocken aus der Masse zuwandte. Dann krachte er mit einem dumpfen Knall in die Massen auf dem Treppenabsatz. Der Mann im silbernen Anzug, gesichtslos hinter dem kleinen Helmvisier, wurde unter ihm begraben. Leute schrien ihn an, andere krabbelten unter ihm hervor. Jimmy wälzte sich zur Seite. Ein stechender Schmerz in seinen Rippen, ein pochendes Knie, eine brennende Schulter. So schnell er konnte, humpelte er zu der Doppeltür, aus der weitere Leute herausströmten, viele mit einem Bündel unter dem Arm. Beim Anblick der Massen auf der Treppe blieben sie unvermittelt stehen. Jemand sagte etwas Verbotenes über die Außenwelt. Niemandem schien es zu kümmern. Morgen würde eine Reinigung stattfinden. Vielleicht war es zu spät, um die Ruhe im Silo wieder herzustellen. Jimmy dachte an die Überstunden, die sein Vater würde ableisten müssen. Er fragte sich, wie viele Menschen infolge dieser Eskalation noch hinausgeschickt würden. Er wandte sich noch einmal zur Treppe um, suchte nach seiner Mutter. Sie war nirgends zu sehen. Er hatte ihre Stimme noch im Ohr. Er erinnerte sich an ihre letzte Bitte, ihren traurigen Gesichtsausdruck und eilte auf der Suche nach seinem Vater in die IT-Abteilung. Hinter der Tür herrschte Chaos. Leute rannten hin und her, streitende Stimmen. Jenny stand an der Sicherheitsschranke. Das Haar des großen Mannes war schweißnaß. Jimmy lief zu ihm. Er hielt seinen Ellbogen und drückte den Arm an die Brust, um seine Schulter ruhig zu halten. Durch das Stechen in den Rippen fiel ihm das Atmen schwer. Sein Herz klopfte noch immer nach dem langen Sturz. »Jenny!« Jimmy lehnte sich an die Schranke und schnappte nach Luft. Der Wachmann der IT schien eine Weile zu brauchen, bis er Jimmy wahrnahm. Seine Augen waren geweitet, sie flackerten hin und her. Jimmy sah, dass er etwas in der Hand hielt, eine Pistole wie die des Sheriffs. »Ich muss rein! Ich muss Dad finden!« sagte Jimmy. Jennys Blick blieb an Jimmy hängen. Er war ein guter Mann, ein Freund seines Vaters. Seine Tochter war nur zwei Jahre jünger als Jimmy. In den Ferien kam die ganze Familie manchmal zum Abendessen zu ihnen. Aber dieser Mann hier war nicht der Jenny, den Jimmy kannte. Das Grauen schien ihn gepackt zu haben. »Ja!« sagte er mit wackelndem Kopf. »Dein Vater! Er lässt mich nicht rein! Keinen von uns lässt er rein! Aber du!« Sofern das überhaupt möglich war, schienen Jennys Augen noch größer zu werden. »Können Sie kurz anrufen und mich?« hob Jimmy an und drückte sich gegen das Drehkreuz. Jenny packte ihn am Kragen. Jimmy war kein kleiner Junge, aber der stämmige Wachmann hob ihn über das Drehkreuz, als wäre er ein Sack Schmutzwäsche. Jimmy wandte sich in dem eisernen Griff des Mannes. Jenny drückte den Lauf der Pistole an Jimmys Brust und zog ihn durch den Eingangsbereich. »Ich habe seinen Jungen!« schrie er. »Zu wem war nicht klar?«